Der Hochschwarzwald gehört zu den schönsten und bekanntesten Urlaubsdestinationen in Deutschland, ist national und international sehr bekannt. Einerseits durch die vielen Klischees, die wir haben, der Titisee, der Feldberg, die Schwarzwälder Kirschtorte, dann den Schinken, die Kuckucksuhren, also all diese Dinge sind natürlich bekannt, aber auch natürlich die Angebote. Wir liegen zwischen 800 und knapp 1500 Metern, sind Luftkuorte, sind heilklimatische Kuorte dabei. Wir haben ein breites Angebot an Sportmöglichkeiten, vom E-Bike fahren über Wandermöglichkeiten. Wir haben sehr starke Kulinarik, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt in Bereichen der Hotellerie und der Gastronomie. Wir sind stark im Gesundheitsbereich und auch im Kulturbereich ist einiges hier zu bieten. Und das schätzen und lieben die Leute und kommen hier sehr, sehr gerne her.